Kleiner Einsatz, große Wirkung. Was hier so unspektakulär aussieht, macht Ihren Wasserhahn in Küche oder Bad zu einem wahren Hingucker. Die originelle LED-Beleuchtung macht die Temperatur des Wassers sichtbar. Dank umfangreichem Zubehör kann das Lichtspiel sofort beginnen. Der Lichtaufsatz wird einfach auf das Gewinde des Wasserhahns geschraubt. Er passt auf alle handelsüblichen Armaturen. Der Effekt ist verblüffend. Läuft kaltes Wasser aus dem Hahn, leuchtet die eingebaute LED in kühlem Blau. Bei warmen Wasser leuchtet sie rot. Zaubern Sie im Handumdrehen. Super coolen Technik-Lifestyle für Ihr Zuhause. Ihre Gäste werden Augen machen.